Hallo und herzlich willkommen zu Filmfatal Shorts. Heute reden wir brandaktuell über Thor, Love and Thunder. Wir waren gestern in der Vorpremiere und möchten mit euch mal kurz darüber sprechen, wie wir das so fanden. Gleich kurze Zusammenfassung. Es geht um Thor, der nach dem Sinn seines Lebens ein wenig sucht und daraufhin immer noch mit Valkyre zusammen und auf Jane Foster trifft, die jetzt als Mighty Thor unterwegs ist. Warum genau, das erfahrt ihr am besten selbst. Da wollen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so richtig spoilern. Genau, und dann geht es noch um Gore, der Gottes, ich kann mir jetzt nicht merken, der Götterschlechter. Der Götterschlechter, dargestellt von Christian Bale, der im Besitz eines besonderen Schwertes ist, das ihn dazu bemächtigt oder befähigt, Götter zu töten. Und der Plan muss natürlich vereitelt werden. Nun, Mike, erzähl doch mal einen Schwank. Ja, ich muss sagen, ich war mehr unterhalten, als ich dachte, dass ich unterhalten werde von diesem Film. Weil ich bin kein großer Fan von Thor. Also so diese gesamte Figur im MCU und auch die Filme waren jetzt für mich nie so der große Wurf, der mich so gekriegt hat, wie jetzt ein Spider-Man zum Beispiel oder auch ein Hulk, obwohl Hulk ja auch eher ein bisschen kleiner gehalten ist. Aber das sind so Charakteren gegen mich mehr. Und ich war erstaunlich unterhalten gestern, als wir das geguckt haben. Ich muss sagen, der Film ist in seiner Summe totaler Quatsch. Also wirklich Nonsens, wirklich vom Feinsten. Und damit meine ich halt wirklich, es wird mit der Figur Thor, mit allem, was in dem Film so passiert, halt sehr, sehr quatschig umgegangen. Es ist fast schon so, als würde man einen Sketch gucken, der halt einfach in Überlänge läuft, so auf die Art, weil halt alles sehr, sehr dümmlich ist, sehr, sehr quatschig. Dann kommen mal ernste Momente, die aber dann halt wirklich im nächsten Moment wieder durch irgendeine andere dümmliche Angelegenheit wieder zerstört werden, wenn man so will. Also du hast immer wieder diese Dümmlichkeit, die sich mit ein paar ernsten Momenten trifft und alles halt wirklich auf einer total überspitzten Taika Waititi Art. Also das wirklich to the fullest. Also wenn ihr das mögt, die Art, wie Taika Waititi Filme inszeniert, genau das kriegt ihr hier. Und ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalt. Auf der einen Seite sage ich ja, es hat mich mega unterhalten, ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Es waren sehr viele dumme Gags, die mich aber im richtigen Moment abgeholt haben, wo ich wirklich eine großartige Unterhaltung hatte, habe viel gelacht. Mein Popcorn war leer nach dem Film und ich habe ein großes Popcorn diesmal. Auch ein großes Getränk, das war auch leer. Also es hat super funktioniert. Also für die Art von Unterhaltung war das ganz, ganz toll. Aber auf der anderen Seite ist es so, wenn ich kritisch rangehe an die Thematik, muss ich sagen, der Film verschenkt halt super viele Momente. Es wird sehr, sehr quatschig mit dem Charakter Thor umgegangen, wo ich sage, da geht man vielleicht falsch mit dem Charakter um und demontiert ihn auch so ein bisschen als Thor, als dieser große, mächtige Gott. Das ist er halt einfach nicht mehr in der Art, wie da mit ihm umgegangen wird. Und das wiederum fand ich auch ein bisschen schade. Ich fand es schauspielerisch, es ist schon fast schwer zu sagen, ob es gut oder schlecht war, weil die halt so overacten und so over the top sind, dass man schon gar nicht mehr davon sprechen kann, ob die jetzt wirklich schauspielern oder nicht. Es war einfach, es hat sich angefühlt, als hätten die einfach ein großes Fest gefeiert vor der Kamera und hätten sich halt einen abgelacht auf mich selber. So wie Kindsköpfe im MCU quasi. Ja, genau. So war das im Endeffekt von dem her. Wenn man wirklich diese quatschige Unterhaltung sucht und kann sich voll und ganz auf dieses Comic-Reliefhafte einlassen, dann ist das okay und funktioniert. Sucht man aber wirklich einen guten Marvel-Film, funktioniert es wahrscheinlich eher nicht. Ja, schöne Zusammenfassung. Was ich noch anmerken wollte, ich bin ja bei dir. Das ist ja ein allgemeines MCU-Problem, dass die quasi tragischen Momente, bevor es zu lang und zu dramatisch wird, immer mit irgendeinem Witz aushebeln oder einfach wieder den Umschwung schaffen von den Emotionen her. Aber ich fand das bei Thor besonders schlimm, weil es davor schon so quatschig war. Dann kam so ein minimal tragischer Moment, der aber dann auch sofort wieder aufgelöst wurde. Das heißt, du hast, es kam fast keine Tragik auf, obwohl tragische Sachen passieren. Ja. Das war bei mir so ein bisschen das Problem. Ja. Dass es einfach zu, von der Tonalität her, einfach nicht gepasst hat. Und dann kommen wir dann auch zu meiner Kurzkritik. Also ich fand, leider, muss ich sagen, leider, weil ich bin eigentlich ein Thor-Fan, also vor allen Dingen aus den Avengers-Filmen, vor allen Dingen aus Infinity War. Ich glaube, es gab in meiner Welt keinen besseren Thor als der in Infinity War. Und, also für mich zerstören die komplett die Figur. Also ich konnte mit dem Film überhaupt nichts anfangen. Ich wusste nach fünf Minuten Bescheid, okay, das wird nicht mein Film. Und so hat sie es leider durchgezogen. Also ich hatte wirklich 119 Minuten keinen Spaß. Und ich kann nicht mal sagen, kaum Spaß, weil es war wirklich kein Spaß. Ich habe mich über alles geärgert, über jeden plumpen Witz, über jede, ja, wie soll ich denn sagen, Zerstörung der Figur einfach. Ich meine, ich bin kein großer Fan von Thor 1 zum Beispiel. Der war mir viel zu theatermäßig und auch mit diesem Endgegner da in New Mexico. Das ist alles Quatsch. Der zweite ist ja eh ein relativ verhasster Eintrag ins MCU, obwohl ich den gar nicht so schlimm fand. Aber einfach diese Avengers-Auftritte gefühlt hat Joss Whedon und dann auch die Russo Brothers haben es bis auf Endgame einigermaßen verstanden, ihn als gebrochene Figur, weil er hat ja viel durchgemacht. Er hat seine Mutter verloren, sein Vater verloren, sein Bruder verloren. Dass ja auch aufgearbeitet wird in dem Film, aber auf fast so eine Art. Das ist ja wie gefühlt einfach so eine Theatermontage. Ja, ja. Und wie du schon sagst, es kommt mir vor wie eine Passiflage auf das ganze Thema. Also nichts wird ernst genommen. Russell Crowe's Auftritt kommt mir vor wie ein Werbespot vom Super Bowl. Und wie gesagt, da ist am Anfang ein Theaterstück, noch mit kurzer Spoiler-Alarm, aber ist auch nicht ein kurzes Cameo von Matt Damon. Und gefühlt ab dem Zeitpunkt dachte ich, wir befinden uns jetzt in diesem Theaterstück. Und das hat es mir leider überhaupt komplett kaputt gemacht. Und ich habe nicht mehr den Sprung geschafft auf das ziegengesteuerte Schiff. Ja, ja. Ja, ihr werdet es wissen. Ihr werdet es dann wissen, genau. Es gibt ja auch ein Charakterposter dazu, zu den zwei. Also wie gesagt, sehr, sehr schade. Vor allen Dingen, wenn man vielleicht rausheben muss, hat man ja schon mal im Vorgespräch auch besprochen, Tessa Thompson, finde ich, ist fast noch die geerdetste von allen. Also die bringt es richtig cool rüber mit der Walküre und auch teilweise diese Gebrochenheit, dass sie ja ihre ganzen Schwestern verloren hat und so. Das hat bei mir noch einigermaßen funktioniert. Christian Bale macht es in 80 Prozent aller Fälle sehr stark. Also ich finde, wie der mit der Mimik umgeht, wie er spricht, auch diese Augenthematik, also dass die so leuchten, muss ich sagen, war teilweise schon prinzipiell starker Antagonist. Aber dann gab es auch wieder Momente, also gerade, ich sage nur, Kindergefängnis, Dialog, Monolog. Fand ich ganz fürchterlich schon wieder. Also diesen ganzen Charakter schon wieder eigentlich fast verstört. Ja, das sind halt diese Tonalitätsprobleme, die du angesprochen hast. Ja, aber das ist so ein typischer Taika Waititi. Also theoretisch ernste Themen, aber dann wirklich so auf die, ja, einfach so draufgedrückt auf die Düse, dass du kommst, also bei mich hat es vorne und hinten nicht gepasst. Und ich bin auch kein großer Fan von Torang nach Rück, muss ich dazu sagen. Das war mir auch alles zu Labi da. Ja, da ein Auge verloren, da. Und auch so Kleinigkeiten. Warum hat er zum Beispiel zwei blaue Augen jetzt wieder? Ich will jetzt mich nicht an den kleinsten Kleinigkeiten aufhängen, aber eins ist blau, eins ist braun, weil er eins verloren hat. Ja. Wieso? Na gut. Ihr hört schon, zwei verschiedene Meinungen, aber unterm Strich schon dieselbe Meinung, nur er konnte es mehr den unterhaltsamen Aspekt, sagen wir mal, rausgreifen. Und für mich hat es das leider komplett kaputt gemacht. Also ich habe mich total verloren gefühlt gestern im Kino. Jeder hat gelacht und ich saß da und habe geweint. Genau, hat Tränen geweint, Krokodils Tränen. Nee, ganz so schlimm war es nicht, aber ich war schon tatsächlich sehr, sehr enttäuscht. Und hat auch für mich, ich habe es schon mal gesagt, fast zu einem kleinen, ich bin großer MCU-Fan und es hat zu einem leichten Bruch tatsächlich geführt, sodass ich jetzt auch nach Doctor Strange und jetzt Thor leider, leider, leider muss ich sagen, ein bisschen so, ja, die Verbindung verliere. Also mir wird das egaler. Und das wollte ich eigentlich nicht, weil das waren für mich immer, auch wenn man sagen kann, ist doch 0 auf 15 Filme. Ja, aber es waren immer irgendwie Events mit Charakteren, mit denen man jetzt seit 2008 zusammen quasi Filme und Geschichten verbringt. Und da habe ich immer ein ganz großes Problem, wenn dann quasi etablierte Personen demontiert werden. Ja. Wenn das jetzt ein für sich anscheinend stehender Film, hätte ich gesagt, okay, ist eine Interpretation der Figur, aber es ist halt die Figur, die wir schon anders kennengelernt haben. Ja. Jo, genug des Monologs. Hast du noch was? Nein. Dann habt ihr ja gehört, was wir davon halten. Wie gesagt, ich würde jetzt niemanden abhalten, ins Kino zu gehen, aber ich glaube, ihr habt jetzt zwei relativ gute Meinungen da dazu. Da könnt ihr euch die wichtigsten Informationen rausziehen für euch, ob es interessant ist oder nicht. Von daher würde es mich aber sehr oder uns sehr, sehr interessieren, was ihr davon haltet. Also schreibt es bitte, bitte in die Kommentare. Wir lesen uns alles durch und versuchen auch alles so gut wie möglich zu beantworten beziehungsweise darauf einzugehen. Sonst schaut auf SBTV vorbei, hört unseren Podcast für eine Handvoll Popcorn. Da sprechen wir noch ein bisschen detaillierter über Thor. Ja, sonst schaut Filme, schaut Serien und redet darüber. Bis bald. Ciao.